Nach diesem Propagandasager hagelt es Kritik von allen Seiten. Der freiheitliche Klubobmann Maximilian Kraus ist empört über Al-Rawis verhalten. Bereits in der Vergangenheit stand der Politiker wegen seiner Nähe zu Hamas-Aktivisten und israelfeindlichen Demonstrationen in der Kritik. Kraus fordert nun Konsequenzen und sagt zu dem Thema, Al-Rawis spielt mit der palästinensischen Propaganda, wonach Israelspitäler und damit Zivilisten angreifen würde. Mit seiner heutigen Relativierung ist er endgültig rücktrittsreif. Al-Rawis ist seit 2002 Mitglied des Wiener Landtags und Gemeinderats. Bis 2011 war er Integrationsbeauftragter der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich. Al-Rawis und seine von ihm gegründete Initiative muslimischer Österreicher soll der islamistischen Muslimbruderschaft nahestehen. Das bestätigt auch eine Studie der George Washington Universität aus dem Jahr 2017. Die Initiative liberaler Muslime Österreich warf Al-Rawis außerdem vor, Treffen mit extremistischen ausländischen Salafistenführern abgehalten zu haben.